Du hast zwei Möglichkeiten. Spanne die alte Kette manuell neu oder tausche sie gegen eine neue aus. Ob das wirklich nötig ist oder nicht, kannst du mit einer Kettenverschleißlehre messen. Link dazu unter dem Video. Lässt du die Verschleißlehre ohne Gewalt nach unten schieben, dann ist die Kette ausgeleiert. Die Kette manuell nachspannen kostet dich nichts. Löse dazu die beiden Radmuttern der hinteren Achse. Oft gibt es noch eine Bremshebelschelle für den Rücktritt, auch diese musst du lösen. Zieh das Rad nun in der Führung nach hinten, sodass sich die Kette spannt. Achte darauf, dass das Rad mittig im Rahmen sitzt. Schraube im Anschluss die beiden Radmuttern abwechselnd links und rechts wieder fest. Aber das hat auch einen Nachteil. Dir hilft mein Video weiter? Dann unterstütze mich doch mit deinem Like. Danke. Wenn du die Kette so nachspannst, dann musst du sie nicht wechseln. Allerdings schleift sie sich auf die Dauer auch dann komplett auf das Ritzel ein. Die Kette dieses Fahrradzieher wurde manuell nachgespannt und ca. 7000 km genutzt. Vor einer Woche habe ich diese alte Kette nun durch eine neue ersetzt. Beim Treten gab es jetzt ein Rattergeräusch. Das hört sich etwa so an. Das Geräusch kommt daher, weil die neue Kette am alten Ritzel schleift. Deshalb musste ich jetzt zusätzlich auch noch das Ritzel des Hinterrads an der Nabenschaltung durch ein neues ersetzen. Das Ritzel für so eine Shimano Nexus Nabenschaltung kostet ca. 6 Euro. Für eine neue Kette sind 10 bis 15 Euro fällig. Wenn es dir jetzt also nur ums Geld sparen geht, dann lohnt es sich die Kette manuell nachzuspannen. Die Kette hält bei einer Nabenschaltung nämlich deutlich länger durch als bei einer normalen Kettenschaltung. Bei einem Kettentausch musst du dann allerdings immer das Ritzel und die Kette tauschen. Wenn du deine Kette wechseln willst, dann habe ich hier rechts für dich eine einfache Anleitung. So geht es in 5 Minuten. Das Video zum Ritzeltausch findest du direkt darunter.